so hallo und herzlich willkommen zu let's play together minecraft heute ist der justin dabei der hört mich gerade nicht aber ich nehme jetzt so auf ne also justin kommt jetzt gleich der musste nur kurz weg und da sind wir wieder schäder und stabilisiert sich ja jetzt hallo justin ich nehme gerade schon auf doch 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 ich nehme gerade auf so hallo und herzlich willkommen zurück wenn mein kraft jetzt wirklich noch legen sollte dann schmeiße ich mein pc hoch kann trotzdem ja 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 ok warte warte ist generiert ja meine grafikkarte ist wahr auf marik hat mich schon so gekillt ja grafikkarte war einfach nur am abspannen aber ich schicke nein gut wo waren wir letztes mal stehen geblieben weiß ich nicht ja du kannst es nicht wissen außerdem ist das auch wieder dabei ich verstehe das nicht ernsthaft letztes mal lief das einfach so derbs flüssig und jetzt auf einmal dreißig fp ist 24 25 25 rein 30 egal die sieben ist das ich versuche die kreis halten die mit auf ach jetzt ja da hat sich Minecraft aber Mühe gemacht der hasst einfach nur diese scheiß Map sind er ich ich weiß so hatte reißen Minimap ist bezeichnet ist die beste Minimap was suchst du ja ich fahre gerade ab ich fahre nicht ja heute viele Gesprächsthemen am Start merkt man weil ich so wenig rede nur ich bin erstens Justin hat mich heute in der Schule genervt und zwar und zwar nicht sehr wenig und dann kommt noch so ein kleiner Spass neben mir und sagt hey kommst du mal auf hör mit dieser behinderten Sprache zu reden also du bist behindert und hey halt doch mal die Fresse mit deiner scheiß Stimme ich würde der das nochmal sagen ich würde ihm wirklich eine klatschen ich war schon so genervt danach habe ich das nochmal gesagt hör auf hör auf Trilololol ich gebe dir gleich Trilololol Pass auf, da sind ganz viele Gasts. Oh oh. Ich werde sterben. Gar nicht, da ist nichts zu sponsern in der Höhle. Ich weiß. Ich überlege gerade so, wo ich unser Lagerhaus machen soll. Ich habe mich verlaufen. Schlecht. So, unnötige Sachen weg. So, drei Cook-Chicken, okay, ist auch gut. Ey, mein Chicken. Unser Chicken. Ich habe es gewonnen. Tja, Pech gehabt. Wo ist mein... Wie kannst du bitteschön brennen? Ich bin durch Lava gelaufen. Ey, du stirbst, ne, dann ist... Und... Ähm, hast du meine Diahacke genommen? Nein. Du, alter... Gib mir meine Diahacke zurück. Warte. Alter, ich wollte gerade anfangen zu bauen. Nein, jeden. Ich suche gerade den Weg aus dem Meer da. Wie kann man sich in Lava verlieren, Alter? Und man spawnen in einer kleinen Höhle, ne? Klein? Die ist klein. Ich habe schon viel größere Höhlen gesehen. Aber trotzdem. Ich will verlaufen. Ja, behindert halt. Ich will behindern. Und dann da und dann... Warte mal hier. Was ist jetzt hier? Nein, ich schluss hier. Kriegt das Informationen? Es kriegt Informationen! Brr! Brr! Ich bin berribution. Ich fand's. Juhu, ich habe Effizienz. Eins aufnehmen. ein und die geht ich bin hart wir haben eine Heimsteck Möhren da hat also ich mache ich gehe jetzt ich gehe jetzt was die ich machen ich gehe genau ich gehe jetzt hier es ist er die Sitzkehl die Besuchung der Schuhe der Schuhe jetzt hast du mir meine Kindheit zerstört an der ich habe ja keine Kindheit die Hörbegruppe das muss man das ist gut das kann ich noch nicht mehr da kann ich nichts mehr mit gebrauchen ich muss gebrauchen hier kann ich das gebrauchen hatten der Kling also dass es nicht dieses 2 3 die das Frühstück alles ruhig Prozent mehr kommen Das geht auch. Mehrkommel! Mehrkommel! Juh! Juh! Nein, nein! A, A. A, A, U. E, A, U, E, I. Ja, mal! Wo willst du? Ich bin im Haus. Oh, ich bin im Haus. Das ist kein Knopf. Alter. Jetzt geht mir die Spitzacke, bitte. Du hast eine Spitzacke? Ich gebe dir auch eine andere Spitze. Hier. Die ist auch verzaubert. Wo ist das der? Fickser. So. Wenn das Hühnchen abhaut, dann bist du schuld. Chicky muss sterben. Auf den Kopf. Ja. Ey. Komm ich nicht so an. Bist du nur da? Ja. Nein, lass mich. Können wir schlafen gehen? Die sterben, Chicky. Alter. Ey. Mein Bett. Mein Bett. Mein Bett. Mein Bett. Ich hab's hier. Alter! Oh nein! Hör! Jetzt! Auf! Loll! Guck mal! Alfredo ist da! Nicht töten! Hör! Hör! Alfredo! Verlass mich mal! Hör! Nein! Nein! Wenn du den tötest! Aua! Er boxt mich! Ja, boxt mich! Ja, Glasscheiben habe ich auch nicht mehr! Böse Altredo! Hast du Altredo getötet? Nein, Geh Altredo! Altredo! Hör! 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 Wie kann man das überhaupt privat reparieren? Gar nicht, glaube ich! Doch! Hör! 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 Tissier! Hör! Komm runter! Hör! Hör! Mitz! Hör! Nö ich habe nur das Essen wer macht die Wiesbären hat er hat mit die Bär hat mit Klaas hat Koma und der Essen Bruder die Frau Bärmitgläser jungen ungewöhnlicher Mann Ich würde gerne Musik im Hintergrund haben, doch geht nicht, weil ich keine Musik im Hintergrund haben kann, weil der Justin so leise spricht. Der Justin ja, der Justin ja, 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 Justin ist so leise. Wo, wo stelle ich denn unser Lager hin? Das machst du sauber. Das war meine Höhle. Was ist das für ein Holz? Ist das Oakwood? Oder Darkwood? War oben. Weg. Ne, das. Das war der Weg. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, essen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf. Vier Herzen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Drei Herzen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Drei Herzen. Keine Herzen verloren. Habe ich Eisen? Ja, ich habe Eisen. Ich bin stolz auf mich. Einen. Also. Ach du. Ich schaue das nicht aufregen, wenn ich meine ganze Zeit zuspämen würde. Ähm. Nein, du kennst es nicht schief. Ich kenn's nicht. Also zum Glück auch nicht in meinen E-Mail-Post wach. Ich werde auch nicht von Google gespammt. Oder sonstiges. Oder von PSN werde ich auch nicht des Zuges gespammt. Näh. Also ich kenn's gar nicht. Da guck, was? Spurs wird neu. Alter. Neu, ich habe keinen Spurs. Ach, ich habe keinen Mut mehr. Deswegen geh ich jetzt Mut kaufen. Im Pennymarkt. Ich geh jetzt zum Pennymarkt. Und kaufe jetzt ein bisschen Holz ein. Vielleicht kaufe ich ein bisschen Holzkohle. Ein bisschen Holz muss sein. Dann kommt das Glück von ganz allein. Rambazomba in York. Hola. Hola. Hola, Senorita. Hola. Da, 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 da. Du, 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 du. Ja, ich kann das Ding gerade gar nicht. Ich kann mich gerade voll nicht daran erinnern. Das hier, da, 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 da. Und du, 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 du. Na, wie geht der? Der Rücken muss nochmal. So, ich nehme mich jetzt auf offline. So, beschäftigt. Offline würdest du zu machen hier. Ich kann den Rhythmus gar nicht. Ich verstehe das nicht. Verstehst du das, Justin? Ich trau mich nicht zurück. Aber wenn ich zurück schaue, schaue ich in mein Glück. Ich habe heute wieder gute Laune. Das merkt man. Das ging zwar davon erwartet. Okay, jetzt habe ich schlicht. Ich glaube, das war mein Spielverderber. Dieses Spielverderber, die meinen, alles besser wissen zu können. Ich bin Justin, ich weiß alles besser. Ich bin ein Streber. die warte städtisch endlich stopp mal kurz die aufnahme wir haben gleich 15 minuten erreicht bis zunächst mal getötet